O ihr Gläubigen, was ist die Stufe des Menschen auf Erden? Was ist die Position des Menschen auf Erden? Was ist die Aufgabe des Menschen auf Erden? Denn als was kam Adam, der erste Mensch, mit welcher Autorität kam er auf die Erde? Er kam mit einem Stab in seiner Hand auf die Erde. Er hatte einen Stab in seiner Hand, seinen Stock. Das Einzige, was er vom Paradies mitgebracht hat, was ihm erlaubt wurde, was ihm in die Hand gedrückt wurde, war der Stab. Stab, was auch Moses später in seiner Hand gehalten hat und Rotes Meer in zwei gespalten hat. Von Moses, der Stab ist von Adam, der Stab und kommt vom Paradies. Was bedeutet, was ist das für ein Zeichen, Symbol, dieser Stab? Mit diesem Stab kam er auf die Erde und sagte, ich bin der Erzieher. Ich bin der Erzieher der wilden Natur. Ich bin der Erzieher des wilden Tieres, außerhalb oder innerhalb. Außerhalb des Menschen, innerhalb des Menschen. Ich bin der Erzieher. Und das ist mein Stock. Wenn ich hört, kriege ich etwas zu fühlen. Er kam als Lehrer, Teacher, Erzieher und als Dompteur für das Wilde zum Sämen. Das ist der Auftrag des Menschen auf Erden, des wahren Menschen. Und ohne Zweifel war Adam der wahre Mensch. Wahrhaftiger Mensch. Er kam nicht auf die Erde als zweibeinige, sprechende Tier. Nein. Er kam als Mensch. Wahrhaftig. Als ein Mensch kam er. Und was haben wir zu tun, wir zweibeinige, sprechende Tiere mit Menschengesichtern? Wir haben uns diese Tierwelt angepasst. Und wer in die Welt hinein geboren wird, in dieser Welt geboren wird, das Auge, die Augen dieser Welt zuerst geöffnet hat, wird sofort beeinflusst von dieser wilden Welt und dem Tierischen. Deshalb braucht jeder Mensch, ein Erzieher, ob er will oder nicht, ein Lehrer, ob er will oder nicht. Wenn ein Schüler, wenn Kinder die Schule schwänzen, kommt die Polizei zur Tür und macht die Eltern dafür verantwortlich. Aha, mit Polizeisfang oder Gewalt wird der Schüler gepackt und wieder in die Schule gebracht. Kein Entkommen von der Schule. Warum? Der Mensch muss erzogen werden. Mit Manieren und mit Wissen. Nur wenn jemand Wissen hat und wenn jemand Manieren hat, kann er behaupten, dass er ein Mensch oder zu den Menschen gehört, zu der guten Gesellschaft. Und was sagt der Herr? Die Empfehlung des Herrn ist, seid in guter Gesellschaft. Hi, Societe. Hä, Edwin? Hi, Societe. Hi, Societe. Societe? Societe. VIP. Seid in guter Gesellschaft. Das ist die Empfehlung, das ist der Hinweis, wo wir hingehören. Unsere Zugehörigkeit ist nicht der Tierwelt, nicht Pflanzenwelt, nicht mineralische Welt. Unsere Zugehörigkeit ist im Kreise der Menschen, wahren Menschen. Und Adam kam als Dompteur. Dompteur für das Wilde Natur. Alles. Wie sieht die Dschungel aus? Was denkst du? Ja, Sinefande. Diese Schweiß, wunderschön paradiesisch. Was prägt die Schweiß? Was macht sie so schön und so bewundernswert? Die Berge, die zum Garten gemacht wurden. Gepflegte Berge. Die wilden Berge sind gepflegter als jeder Garten eines Einfamilienhauses. Sie haben es geschafft, die Schweizer ihre wilden Berge zu sämen. Zu pflegen und zu einem wunderschönen paradiesischen Garten zu machen. Und sie rühmen sich. Und wer diesen Garten besuchen möchte, der muss was talen. Ist nicht so billig. Wie haben sie das geschafft? Der Mensch ist der Sema. Wenn er will, kann er machen. Das will der Semen uns etwas Feines machen. Weil das liegt, das ist in unserem Blut. Der Lehrer, der Teacher, der Erzieher, der Dompteur. Aber man auch, wie man Dompteur wird, muss auch gelernt werden. Wie kann man lernen, wie man zu einem Dompteur wird? Mit wilden Tieren sich gut versteht. Oder die wilden Tiere sich gut verstehen. Dass sie nicht beißen, treten, zerfleischen. Wie kriegt ein Dompteur das hin, dass er mit wilden Tieren schlafen, sich schlafen legt? Er hat den Griff. Er hat eine Autorität. Das hat er geschafft, dass er eine Autorität über das wilde Tier hat. Löwen, Sema, Drachen, Reiter. Gibt es sie ja. Das sind die Propheten. Das sind die Heiligen. Sie haben den größten Drachen ihres Lebens semen können oder reiten können. Das ist das eigene Ego. Mit 99 Feuerspucken der Köpfe. Er kann sie alle reiten, alle Köpfe Griff halten. Das ist machbar, wenn man lernt, wie man es machen kann. Und deshalb gibt es die Propheten. Sie sind gekommen, alle nach Adam. Adam war für die ganze Natur dieser Welt. Deshalb hat er die Tiere gesähmt. Mit Tieren hat er arbeiten können. Das Pferd geritten. Das wilde Pferd zu Gehorsam gebracht. Er war der erste Reiter. Von ihm haben die anderen gelangt. Die Nachkommenschaft. Und die Propheten, sie kamen alle mit einem Stab in der Hand. Das ist das Symbol des Semas. Das ist das Symbol des Dompteurs. Und auch die Dirigenten haben einen Stab in der Hand. Da, 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 da. Da, 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 da. Das war ein bisschen dramatisch. Da, 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 da. Was bedeutet das? Und wer du hörst nicht. Und wer du machst dein eigenes Ding. Und wer du spielst, tanzt aus der Reihe im Orchester. Das muss einstimmend sein. Übereinstimmend. Und das muss in einer Harmonie. Viel Harmonie sein. Kriegst du das hin mit Musik? Bruder, Selim Faruk. Verstehe ich ein bisschen etwas von der Musik. Viel Harmonie. 100 Leute, die unterschiedliche Geigen spielen. Unterrichtliche Instrumente spielen. Aber sie sind in einer Einstimmigkeit. Einheit. Und da gibt es keine parasitischen Geräusche. Dazwischen. Wer kriegt er den Stab des Dirigenten zu fühlen? Dun, 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 dun. Du bist raus. So ist es. Wer sich nicht menschlich verhält, wird aus dem Kreis der Menschsein rausgeworfen. Gehört zu den Tieren. Möge Allah unsere wahren Menschen machen. Amin. Und dass wir es zulassen. Das ist es. Wir müssen es zulassen. Diese Freiheit hat er uns geschenkt. Den Tieren nicht. Aber uns, den Menschen, hat er diese Freiheit geschenkt. Ob wir es zulassen oder nicht zulassen. Die Welt geht bergrunter. Die Welt geht in einen Abgrund runter. Die Menschheit geht in ein Feuer runter. Fällt in ein endloses Feuer rein. Weil die Mehrheit der Menschheit will es nicht zulassen, dass sie zu Menschen gemacht werden. Sie haben mit Menschlichkeit nicht mehr zu tun. Und sie haben keine Menschlichkeit. Das Ego, das Tier reitet auf sie, nicht sie auf das Tier. Und deshalb, sie fallen in ein Feuer hinein. In ein großes Feuer, dass wir ein Schneeball immer rollend, größer werdend auf die Menschheit zukommt. Oder auf die angebliche Menschheit. Allah wird die Menschheit, die wahre Menschheit, nicht vom Feuer anfassen lassen. Keine Angst. Wenn du zu den Menschen gehörst, zu dem Kreis der Menschheit, dir wird kein Feuer etwas antun können. Aber wer zu den wilden, zweibeinigen, sprechenden Tieren gehört, und sie lassen es nicht zu, dass sie zu Menschen gemacht werden. Diese Welt von Adam bis jetzt war eine Welt der, ein Planet der Tiere. Aber jetzt kommt eine kurze Zeit von 40 Jahren, dass die Welt zum Planet der Menschheit gemacht wird. Und das hören wir auch zum ersten Mal. Für 40 Jahre, mit Kommen von Jesus und Mehdi, a.s. Diese Welt zum ersten Mal in seiner Weltgeschichte zu einem Planeten, der Menschheit gemacht. Für 40 Jahre. Vorher Planet der Tiere, nachher Planet der hirnlose Affen. 40 Jahre Planet der Menschheit. Wahre Menschen. Alle sind heilig, alle haben Wunderkräfte. Nur wer mit Wunderkräften leben kann, in Wunder, wunderbar leben kann, ist Mensch. Ein Mensch ohne Wunderkräfte kann kein Mensch sein. Ja, Sinefende, wusstest du das? Ich habe mir immer so gedacht, aber nicht richtig mich orientieren können, schei. ich wollte immer Muskeln haben, ich dachte, das sind meine Wunderkräfte. Nein! Schau dir diese Schwarzenegger an. Oder Schwarzenegger, weiß ich nicht, der hat Muskeln gehabt. Und wie sieht er jetzt aus? Wie ein Ballon, der geschrumpft ist. Hässlich. Das ist keine Wunderkraft. Ein wahrer Mensch muss Wunderkräfte haben. Warum? Haji Amin. Weil er ist Stellvertreter Gottes. Er hat die Autorität, was Allah ihm gegeben hat. Göttliche Autorität. Wenn er was sagt, sei es, ist es. Das ist der wahre Mensch. Ein wahrer Mensch, der zum Kreis der Menschheit gehört, wahre Menschheit. Wie IP, alles was er sagt, ist ein Befehl für die Natur. Alles was er sagt, ist ein Befehl für die Geschöpfte, Geschöpfe, Engel. Er hat Autorität, nicht nur über die mineralische Welt, er hat Autorität auch über die botanische Welt. Er hat Autorität über die tierische Welt. Er hat Autorität über die Engelwelt. Alle müssen ihn gehorchen, weil er spricht im Namen des Schöpfers. Er ist der Stellvertreter. Er ist der höchste Instanz. Alles muss ihm gehorchen. Aber wenn alles nicht ihm gehorcht, dann gehört er immer noch nicht ganz zur Menschheit. Und wenn Jesus kommt und möchte alles an diesem Feuerball, werden alle Menschen diese Autorität haben. Und wenn sie wollen, Yassin, wenn du möchtest, ohne Muskeln zu spielen zu lassen. Einfach sei, und du bist in China, in Amerika, in England, in Bosnien, in Makedonien, überall zugleich, mit Körper und Seele gleichzeitig. Sodass jeder sagen kann, Yassin, wir haben gute Zeit mit Yassin verbracht. Und der andere sagt, ich war doch mit Yassin zusammen. Wer war nun mit Yassin zusammen? Alle waren mit Yassin zusammen. Wie geht das? Habe ich Hallössinance? Nein, ich habe ihn festgekniffen. Ich habe ihn gefühlt. War Haut und Knochen und Seele. Wie schafft Yassin das? Das ist mein Geheimnis, sagt er. Werde ich niemandem verraten. Damit nur ich erscheinen kann, überall. Nein, wenn Jesus und Mächtige gekommen sind, diese 40 Jahre goldener Zeit, werden alle diese Kraft und Autorität haben, weil nur wer zur Menschheit gehört, wird überleben. Von sieben Milliarden, alles was Müll ist, muss verbrannt werden. So ist das. Deshalb kommt ein Feuerball. Möge Allah uns führen mit seinem Licht und Schutz und dass wir auch zulassen, dass wir von Allah und von seinen Heiligen, von Freunden Gottes zu Menschen das gemacht werden. nicht als Tier rein, als Mensch rein, dann zum Tier geworden und wieder als Tier verlassen. Nein, dass wir, wir kommen alle als Menschen rein, sollten auch als Mensch verlassen haben. Mit Bewusstsein, dass wir zu den Menschen gehören, mit Menschlichkeit. Möge Allah uns führen und nicht ohne Schutz lassen. Menschen, die sich von der wilden Natur dieses Planeten beeinflusst, beeinflusst lassen haben, diese Menschen gemacht werden. Die Religion, nur die Religion, wahre Religion Gottes und die Lehrer dieser Religion, dieser Schule können uns wieder zum Menschen machen, unsere eigentliche Position. Unsere Bestimmung ist ein wahrer Mensch zu sein, nicht kompirellem Tier, wilde Natur des Planeten beeinflusst werden und uns selbst zum Tier gemacht haben. Nur die Religion Gottes kann uns wieder zum Menschen machen. Ohne diesen Weg gibt es keine Hoffnung und dieser ganzen Esoterischen, das ist alles Erfindung des Schaitans, das ist nur Spülerei und Spielerei. Möge Allah uns führen. Amen.